Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Sandra Rose Fröhlich. Heute mit dem Thema Vitamine, Mineralstoffe oder man sagt auch Nahrungsergänzung bei Magen-OP. Es geht um die Adipositas-OP zur Gewichtsabnahme. Was benötigt ihr? Also, es gibt ja verschiedene Medikationen bei verschiedenen Schlauchmagen- oder Bypass-Operationen, also der Art der OP. Es gibt ja auch die Omega-Loop-OP. Es ist mittlerweile so, dass alle die gleiche Grundstruktur haben und die gleiche Indikation pro Tag haben. Das heißt Calciumcitrat zwischen 1200-1500 Milligramm, ein Multi-Präparat ein bis zwei Mal pro Tag, also ein bis zwei Stück. Dann gibt es die Empfehlung, das Multi kann mit Eisen eingenommen werden, also als Kombi-Präparat. Dann braucht man 45 bis 60 Milligramm Eisen täglich. Wer das Multi nicht mit dem Eisen verträgt, was ja häufig vorkommt, sollte das Eisen dann separat nehmen. Und es gibt noch die Empfehlung Magnesium 300 Milligramm. Warum machen wir das Ganze? Das Hauptproblem der Nahrungsergänzung ist, wenn die bei den Magen-OPs nicht eingenommen wird, ist, dass wir ja kleinere Portionsmengen haben. Eine geringere Aufnahme, weil der Magen verkleinert wurde, was ja auch Ziel ist für die Gewichtsabnahme. Und unter anderem wird im Magen das Vitamin B hergestellt, was natürlich dann auch reduziert ist. Und natürlich auch die anderen Nahrungsergänzungsprodukte wie Vitamin D, A, D, E und K. Es gibt also daher die wichtige Empfehlung, die Nahrungsergänzung wirklich täglich einzunehmen, egal welche Operationsmethode man bei euch gemacht hat. Ganz wichtig, was vielen nicht bekannt ist, wenn wir das nicht machen, dann kann es tatsächlich dazu kommen, und ich habe es leider in der Praxis von Patienten, die nach OP und zwei Jahre später bei mir erst gelandet sind, also gar nicht in der Aufklärung da waren, weil ich mache es grundsätzlich so, dass in der Aufklärung auch die Nahrungsergänzung natürlich, und das werdet ihr im Anhang gleich auch noch sehen, alles an schriftlichen Informationen rausgeht, damit die Patienten bei mir auch wirklich gut wissen, was kommt. Das heißt, die Nahrungsergänzung kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Zähne ausfallen, dass die Haare ausfallen, dass der Zahnstatus locker wird, dass wir uns unwohl fühlen, dass wir vielleicht auch so ein Schwächegefühl haben, dass die Haut, Haare, Nägel sich verändern, es vielleicht Risse gibt, es gibt auch so eine bleierne Müdigkeit, gerade wenn Vitamin B12 und Eisenmangel da ist. Das heißt, ich lege es euch ans Herz, nutzt die Nahrungsergänzung, und ich bitte euch, ich möchte jetzt keine direkte Werbung machen für bestimmte Namen, das könnt ihr aus der Liste her sehen, aber nutzt die Nahrungsergänzungshersteller der Firmen, die sich wirklich darauf spezialisiert haben. Ihr habt die Tabelle im Video auch, das heißt, ihr könnt jede andere Nahrungsergänzung natürlich vergleichen, dass ihr auch die wichtigsten Strukturen habt, aber die Hersteller sind natürlich in der Regel so unterwegs, dass sie eine bestimmte Dosierung haben, und man eben eine höhere bis doppelte und mehrfache Menge von den Vitaminen braucht. Und daher ist es also wichtig, Nahrungsergänzung nach einer Adipositas-OP, also nach einer Magen-OP zur Gewichtsabnahme einzunehmen. Natürlich gilt diese Empfehlung auch für jede andere Operation, die ähnlich stattgefunden hat. Es gibt ja auch Menschen, die aufgrund von Tumoren, da habe ich auch schon Patienten betreut, natürlich auch Nahrungsergänzungen einnehmen sollen. In dem Moment, wo der Magen operiert wurde und ein Teil des Magens weg ist, werden wir immer die Möglichkeit haben, dass nicht genügend Nährstoffe aufgenommen werden können. In diesem Zusammenhang schaut euch nochmal die Tabellen an. Ich habe sie hier im Video mit drin und wer nicht weiterkommt, meldet sich einfach gerne. Wir sind ja zugelassen bundesweit von allen Krankenkassen. Bei uns muss keiner was dazu bezahlen, da wir direkt mit der Kasse abrechnen. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt für das, was wichtig ist. Schaut in eure Entlassungsberichte, dass all das, was wichtig ist für die Nahrungsergänzung, in der Regel und das eigentlich schon seit Jahren, sollte das so sein, dass es da drin steht. Supi, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und lieben Dank. Bis dann, tschüss.